Guten Morgen! Die Karwoche stärkt Leiden zu bedenken. Und meine Gedanken gehen zu den Menschen in Myanmar. Am Wochenende haben dort die Militärs 100 Menschen erschossen, darunter Kinder und Jugendliche. Dabei blühte in dem Land doch noch die Hoffnung auf auf Demokratie und Frieden. Es ist bitter, dass wir immer wieder auf der Welt in Sachen Menschlichkeit auf der Stelle treten oder Rückschläge erleiden. Ich kenne Myanmar nicht. Ich verbinde damit ein Lied, einen Song von Robbie Williams, The Road to Mandalay. Mandalay ist die zweitgrößte Stadt in Myanmar. Und da heißt eine Zeile, jeder Fehler, den ich gemacht habe, der wurde aufgesprischt und wieder ausgespielt, während ich auf der Strecke blieb. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This sombre song would drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we ever seen. Everything I touched was gold and everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I ever made has been rehashed and then replayed, as I got lost along the way. Bam 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 Bam, bam bam. Nicht auf der Strecke bleiben, sondern auf der Strecke begleitet sein und erfüllte Ziele finden, Und das wünsche ich den Geburtstagskindern heute eine ganze Reihe. Katharina, Katharine in Mainburg, Stephanie in Mainz, Tanja in Florida, Sunny im Taunus, Andreas in Stuttgart und ihr Geburtstagskinder. Seid behütet und hier kommt die Sonne für euch.